So Freunde der Nacht, heute bin ich dran als Nominierter. Vielen Dank an Christian Hemplin und dem werde ich natürlich sofort nachkommen und mir eben als gemütlich ein Bier benennen. Prost! So, lecker war's. Und die Nominierungen für heute gehen an Steffen Hemplin, an Martin Krauthorst und als Special Guest, weil er mich so höflich darum gebeten hat, auch bei diesem Spiel mitzumachen, von Johannes Kofferneck. Tschüss!